Es ist meine traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass der König um zwölf nach zwei seinen letzten Atemzug gemacht hat. Ich gebe mein bestes Papa. Sie erträgt die Belastung nicht. Ich habe Angst. Ich weiß, Ma'am. Aber ich weiß auch, wie viel Mut ihr habt. Die Königin hat bisher ein äußerst behütetes Leben gefühlt. Denken Sie nicht, ich wäre zu klein, um würdevoll zu sein? Für mich, Ma'am, seid ihr die perfekte Königin. Ich versichere Ihnen, dass ich bereit bin. Wenn ihr jemandem euer Herz schenkt, dann tut ihr es ohne zu zögern. Das ist doch kein Spiel! Ich will mit Ihnen tanzen. Ihr müsst verstehen, worum es hier geht. Lord Melbourne, Sie scheinen sich zu vergessen. Ich bin sicher, ich werde meinen eigenen Weg finden und falls ich Ihren Rat brauche, werde ich darum bitten. Ich bin sicher, wenn man lebt. Ich bin ja damit, würde ich mir ein herscher. Ich bin ich frei und weiß, was die Francerei ist das eine ID� des Rehte более pesticides è vermelding. Vielen Dank.